Ich muss gestehen, dass ich auf das Buch American Veggie mega gespannt war. Amerika und vegetarisches Essen, passt das zusammen? Und wie? Unter der Leuchtreklamen-Oberfläche der Fastfood- und Franchise-Ketten pulsiert ein anderes Amerika. Die vegetarische Szene ist bunt und quicklebendig. Und es gibt eine Vielzahl köstlicher Gerichte, die es zu entdecken gilt. In diesem Kochbuch sind vegetarische Spezialitäten aus den verschiedensten Regionen und Bundesstaaten der USA versammelt. Feurige Tex-Mex und Kajun-Gerichte finden sich ebenso wie das erdige Aroma deftiger Kartoffelspeisen aus Idaho, fruchtige Kombinationen aus Kalifornien und Florida oder Großstadt-Kreationen aus New York und San Francisco. Auch die indianische Kochtradition ist mit leckeren Speisen vertreten. Neben bäuerlich geprägten traditionellen Rezepten stehen moderne Kochideen und natürlich finden sich auch amerikanische Klassiker in vegetarischer Version. Dazu gibt es viele Informationen über die Herkunft der Gerichte und die Besonderheiten typischer Zutaten. Das Buch ist deshalb nicht nur als Kochanleitung in der Küche, sondern auch als Sofa-Lektüre zu empfehlen. Was uns etwas traurig machte, dass man dieses geniale Buch nicht als hochwertigen Bildband gemacht hat und so nur mit ein paar Standard-Clip als das Buch auflockert. Nehmt euch bitte einen Fotografen und macht das Buch in einer Deluxe-Ausgabe. Dann bekommt ihr auch noch die volle Punktzahl. American Veggie von Irmelia Erkenbrecht erschien bei Pala.